Ich kann mich da irgendwie durch... Ich habe auch erst ein Kind gefunden. Ich habe es euch verschwinden Bis zum nächsten Mal die Oh, guck mal, da gibt's nämlich auch noch was. Hier weiß man, ob ich noch nicht lang. Hab dich! Oh, guck mal. Kann ich hier nur drauf haben, da. Hatte der nicht was vom Hotel erzählt? Na, wie komm ich da rein? Oh, da war ich noch gar nicht lang. Okay. Oh, I'm a pirate. Okay, dann... Warte mal, ich mach den pirate nicht mal gucken, was da kann. Ach, der kann dann darüber schwimmen. Wie komm ich hier wieder raus? Ach, da über den Stein. Naja, und jetzt kann ich ja hier irgendwie... Ich, ich. Hier hoch. Doch, 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 und mich hier einhaken. Mit B. Äh, äh. Doch. Ich bin da. Auf der anderen Seite. Oh, nee, aber was zu sein. Ich kann hier mit... Hey, du. Hey, hey, du. Ich bin mit mit dir. Hey. Hey, du. 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 You should come with me. I just talked to an old friend that would love to see you. Not unless you have a good side dish to go with this meat food. gay, but you definitely have a good side dish. Die würde eine Beilage zu ihrem Zeuchter haben. Puh. Ok. Guck, was ich für dich tun würde. He, du. Oops. Heh 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 heh. Bring immer umcolon. I'm a pirate! Da oben ist noch mal so ein Cave. Ach, das ist das Hotel. Ich, aber ich bin noch nicht runter jetzt hier. Ich will da rein. Ach, da rein. In das Hotel. Lass mich rein. Da komm ich auch nicht hoch. Tja. Hier komm ich auch nur über das Hotel raus. Okay. Hier komm ich jetzt hier wieder raus. Über die Seite. Ich bin ein Pirat. Arrrr. Dann komm ich da hoch. Quatsch. Naja. Ähm. Es gibt hier noch so eine zweite Line hier. Ich hab mich schon runter gestürzt. Schade, dass man da nicht runter gucken kann. Schade. 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 Ach Gott, da muss ich ja... Da muss ich mir erst das Ding anziehen. Und dann... Das da? Da hätte ich auch die Brücke nehmen können, oder? Ja. Da ging es nicht weiter noch. Nope. Ich hab den Club. Versuchen wir es hier nochmal. Und dann fällt man irgendwie nur runter. Da geht es nicht weiter. Dann kommt man hier. Warte, man kann auch da. Ich hab in die Richtung war ich noch nicht gegangen. Und dann nach links fällt. Dann war ich doch noch nicht schon lang. Dann war ich doch noch nicht schon lang. Ja. Ach ja. Jetzt bin ich irgendwie am Anfang. Da geht's nicht. Aber jetzt hier nach links fallen lassen. Ja. Da geht's nicht. Aber jetzt hier nach links fallen lassen. Und da ist nämlich nochmal ein Slope. Obwohl ich kann auch erstmal in die Höhle und dann den Slope nehmen, oder? Ah. Ne. Kann ich nicht. Wenn ich... Ach je. Die Höhle kenn ich nämlich schon. hab mal wo ich wieder rauskomme also nochmal das ganze jetzt mal gucken wo ich jetzt rauskomme okay das ist neues gebiet so 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 Und ein Wow Was soll das darstellen? Ausprobieren Ein Pirat hat ich auch noch nicht ausprobiert Ich bin das große Auge Das allsehne Auge Das Matsch Auge Und dann bin ich wieder An einer Stelle war ich immer noch nicht Was soll ich jetzt Matsch Auge machen? Okay Was hast du denn noch für mich? Damage Was hat Ren gerade? Auferstehung nach einem Denn seine drei Sterben ist natürlich doof Aber der ist ja hier irgendwie strong Das ist strong Und der ist einfach irgendwie Nicht so strong Obwohl ich habe da keinen großen Unterschied gesehen Irgendwo fehlen noch 14 Häuser Ja wahrscheinlich muss ich da durch die Tür Und dazu muss ich jetzt irgendwie Den äh Den ältesten da Irgendwie mit seiner Braut zusammenbringen Und die will das noch machen Wenn ich ihr eine Beilage Zu ihrem äh Fleisch Essen da bringe Das ist die Frage Wo finde ich das? Was ist das? Das ist der Super Auge Keine Ahnung Was soll das bedeuten? Kann man da irgendwas In Sichtbares sehen? Wie öffnet sich mit dem noch unterhalten? Ne die habe ich jetzt schon gefunden Ich muss nicht mehr ins Hotel Beim Hotel Was soll das sein? Das wird alles irgendwie so Wie öffnet sich mit dem Berg Das wird alles irgendwie so Vielen Dank. Das ist der Pirat. Man sieht ein bisschen mehr. Man kann so ein bisschen Raum rauszoomen. Das ist der Trick. Man sieht, dass man da irgendwie... Aber ich glaube, mehr. Vielleicht müssen wir sehen. Ich guck mal zum Beispiel da hin. Das muss man vielleicht von oben fallen lassen. Sie will doch eine Fleischspanne haben. Wo komme ich da oben hin? Okay, man sieht ein bisschen mehr. Ich bin ganz da oben. Ich bin ganz da oben. Sicherheit durch das Tor, aber durch das Tor komme ich halt nicht. Da komme ich eh nicht durch. Ich muss da übers Hotel. Wo kriege ich das Gemüse her? Ja. 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 wenn ich nun mal gehen mit einem besseren Übersicht. Wenn ich mich hier runterfallen muss. Naja, dann bringe ich da rüber. Eigentlich kann ich mich schon hier runterfallen, aber das geht irgendwie nicht. Das bringt mich aber auch nicht viel weiter. Was ist, wenn ich mich hier runterfallen lasse? Das geht nicht. Sehe ich hier irgendwas, was ich sonst nicht sehe? Da gibt es kein Raum, sich irgendwo runterzustürzen. No. No. Was passiert, wenn ich das hier benutze? Oh, nicht viel. Oh. 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 Tja. Da komm ich aber nicht hoch. Hier komm ich nicht hoch. Da komm ich nur raus. Ich weiß nicht wann. Kann ich auf den Ruh? Ich weiß nicht. 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 Ich weiß nicht.